Nun hat er sich also endlich mal geäußert. Jan Böhmermann, der eigentümliche Spaßvogel, der den türkischen Staatschef zum Ziegenficker erklärt hat. Ausgewählt hat er sich dafür das Wochenblatt die Zeit, das ihm intellektuell treu ergeben ist. Die Fragen hat er aber trotzdem nur schriftlich beantwortet, was er schon mal von großer innerer Souveränität zeugt. Das Ganze schwankt zwischen larmoyant und lächerlich. Nicht der geringste Anflug einer selbstkritischen Überprüfung, dafür eine politische Selbstüberhöhung, bis es quietscht. Das gipfelt in dem Satz, die Kanzlerin habe ihn filetiert, einem nervenkranken Despoten zum Tee serviert und einen deutschen Ai Weiwei aus ihm gemacht. Donnerwetter, Ai Weiwei. Böhmermann sieht sich also ähnlich wie den weltberühmten chinesischen Künstler, in seinem Fall verfolgt und drangsaliert vom Einparteienregime der Angela Merkel. Ai Weiwei, der wurde unter Hausarrest gestellt, verhaftet, zeitweise war er völlig verschwunden, an der Ausreise aus China gehindert und wegen Steuerhinterziehung und angeblicher Pornografie verfolgt. Ich dachte immer, Böhmermann stehe nicht unter Hausarrest, sondern habe sich selbst vor der Öffentlichkeit verkrochen. Aber da muss ich wohl was aus dem Zusammenhang gerissen und falsch verstanden haben. Jan Böhmermann, der deutsche Ai Weiwei, das kann nur Satire sein, oder? Auch dem ist der erste Mal! Jemand Tee. Jochen Eng Frauke ! Moin Harrest, Jochen Eng Frauke ! Vielen Dank.